Kerstin Nation AG Dank der Technologie von Kerstin Nation kann Patienten mit zuvor unheilbaren Lebertumoren neu eine chirurgische Behandlungsoption angeboten werden. Das weltweit erste chirurgische Navigationssystem für bewegliche Organe ermöglicht fokussierte Behandlungen auch bei schwierig gelegenen und multiplen Krebstumoren. In einer dreidimensionalen Echtzeitvisualisierung sehen Chirurgen die aktuelle Position ihrer Instrumente im Inneren der zu behandelnden Leber. So können Eingriffe viel genauer, effizienter und schonender durchgeführt werden. Die ersten zehn Systeme konnte Kerstin Nation bereits erfolgreich verkaufen. Das junge Unternehmen befindet sich auf Wachstumskurs in Europa, den USA und Südamerika. Zudem wird das Produktportfolio im Moment auf zusätzliche Organe und robotische Chirurgie erweitert. Kerstin Nation bringt Schweizer Präzision in die Chirurgie und ermöglicht zuverlässige, sichere und minimalinvasive Krebsbehandlungen. Kerstin Nation AG Herr Matthias Peterhans